Musik 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 Was wolltet ihr jetzt? Wart, ich mach schon ne neue Gruppe auf, ich raff willigst, wie's geht Ne alter, du nicht Lass mal alle nicht zu Drago gehen Ok, lass mal ohne Drago Auß mit Niko, was ist mit dir? Niko Ja? Komm jeder zurück Du bist allein Das ist ein Penner alter Jetzt hab ich gleich so'n scheiß Ping wegen euch Oh Die Frösche Binderwertig Ja, er war nur so gut wegen dem Pingvorteil Deine Mutter ist so gut wie ein Pingvorteil Ja, ich weiß Hast du schonmal Crysis gezockt? Ne, aber deine Mutter Ja, deine Mutter ist trotzdem Pinger Rückschläge, 3 Waffen, 4 Waffen, 5 Waffen Von was denn? Wenn du geneift wirst, fliegst du 5 Waffen zurück Was? Ja, lass machen, komm Ja Mach 4 Waffen, mach 4 Waffen, wir wollen nicht so assi sein 5 Waffen Evo hat nämlich jetzt keinen Pingvorteil mehr, der braucht ne kleine Hilfe 5 Waffen 10 10 20 Moment Lass mal machen, 20 alter Das geht nicht Wie viele Stufen gibt's glaub ich gar nicht Streng Waffenverzögerung ein bisschen hochstellen Was? Nein Und dann mach aber, dann mach aber unnötig Zeit Dann mach aber unnötig Zeit Ja, wir machen Waffenspieler, ist sowieso unnötig Zeit Hm Selbstmordstrafe, eine Sekunde Nein, keine Ja, weißt du, Selbstmordstrafe, eine Waffe zurück, ne Alle mit der Tuber sind im Arsch Ja, der Evo, der schummelt sich gleich wieder durch Ja, der Evo, der schummelt sich gleich wieder durch Der Pingvorteil Ja, das kann er nicht mehr Der Pingvorteil, Tüppi Schwarz Julian ist halt genauso schlecht, wenn er guten Ping hat oder wer den schlechten Ping hat Das ist halt der Vorteil Wenn ihr geneift werdet, fliegen wir 5 Waffen zurück WTF Oh, oh, oh Wie sieht der Ping bei, äh, zu Julian jetzt aus Im Waffenspiel Weil, 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 weil mir leckt's grad ein bisschen 999 Weil mir leckt's auch Und das ist normal, wenn wir zwei mal bei Julian joinen Der ist einfach kacke 50, ich hab'n 50er Ping zu dir Wieso hast du einen besseren Ping, du bist so eine Scheiße, Mutter Meine Mutter Not so best What? Ich wollt grad fragen, welche Map ist'n das Wer ist'n anderen Soldier 3 Ah, war gut Alter Hast du mich grad mit einem Kill gekillt? Einen Kill gekillt? Ja, hat er Braucht nicht zwei dafür Was ist mit dir, du Minderwertiger? Wann sterb' ich? Piss dich Notte Na, nach wieviel'n Kill sterb' ich? Totze Ich hab' dich mit einem Schuss gekillt, alter Da hast' mein Handy gegeben Oh, ne Diegel am Stösel Ein Handy Das ist gar keine Diegel, das ist schwach Sinn Scheiße Die Map ist viel zu groß, alter, alles fast wieder oben an dem Heuhaufen rum Das ist gut, du bist nur nix, wo das alle treffen In deiner Mom In deiner Mom Genau, in deiner Mom Fuck you Hat nicht geklappt, ne? Nicht so ganz Nein, Chris, ich bin jetzt kein Dota, mit dir du spast Nein, nein, nein Was? Nein Doch Pedis Ich will jetzt kein Dota spielen Verpiss dich Alter, alter Notte Schon fangen wir wieder an den Schuss reinigen, obwohl wir uns doch alle lieben Was? Was? Ich hasse euch alle Nein Nein Nein, ich bin wieder bei der Anfangswaffe Nein, nein, nein Ich bin wieder Ey, ich kann halt nichts dagegen machen, wenn ich im Kreuzfeuer sind Sind Wenn ich im Kreuzfeuer sind, hast du ein Problem? Wenn ich... Wie viele Pistolen kommen hier eigentlich, alter? Nein Mann Und so am Stösel Ich krieg dich Nein, Alter, wie viele Pistolen kommen hier, bitte? Zwei Zwei? Zwei? Digga, ich habe jetzt glaube ich fünf Pistolen hintereinander Ja, sinds ja auch Ja, sinds ja auch Deswegen sollst du auch nicht stören Ich sterbe aber Oh, schluss, das ist ja die Waffe Oh, toll, schon lecks, alter, erste Hänge drin Ja, ja, schlimm war Julian, ne Der ist Kaka Ja, weil du dich nicht geschissen kriegst Happy, egal Ja, nein 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 Ich hatte ich was Ja, Julian hat auch wieder ein schlechter Vorbild Naja Die Fresse Du stirbst nicht Alter Ja Loll XD Rofelcopter Du bist so eine Knife meiner City Scherlamp, hörlamp Ja, wo ist er? Ich schneif dich Ausprinzip Piss dich Nö Einfach mal, no Junge, was geht bei dir? Ich hätte ja lieber auf Carrier gespielt, ne? Ja, genau Alter Boah, wie so ein Revolver ohne Laser, was ist denn mit euch? Alter Schwede Loll Hey Nein, nein Wie hab ich weg, Bullop Ich hab übrigens immer noch diese Scheißpistole, ne? Diese Exekution Hey, wie kannst denn du die Waffen einstellen? Und da, ähm, Waffenspielregeln Aber man kann sich auch nicht einstellen, kannst du nicht nur auf, ähm, Nahk-, Normal, Nahkampf, Fernkampf, Zufall Boah, stinkt das Zufall Zufall Cooler Zufall Stirb endlich Verdammt Verpiss dich Boah, ich bin wieder bei der Anfangswaffe Echt denn? Jaa Ist einfach ein Steady-Knifen und so Was, wieso ist das schon gereicht? Boah, Alter, alle auf der Ecke Ich hab schon gedacht, ich bräuchte so zwei Kills für einer, um weiterzukommen Boah, ne, jetzt Ne Boah, ey, f*** dich Wenn ihr weiter so minderwertig seid, wird Zeddy gewinnen Na klar, wir müssen alle Steady-Knifen Boah, ich mach grad voll viele Hitmarker Verpiss dich NEIN, NEIN Und er ballert mich sofort um, hey Ja, was denkst du, wir sind Feinde, Bitch Nö, ich mag dich nicht Nö, ich mag dich nicht Boah, das ist der Fall, echt nicht Nein Bin hier wieder, ernsthaft Alter, verpiss dich doch Was dann am Arm Nö, du warst never ever neben mir Never Ich bin wieder da Du hast kein Stück mich irgendwie getroffen Ah, ich bin wieder bei der zweiten, dritten Hauptwärts Hä Ich bin wieder bei der dritten Waffe Alter Alter Das macht grad so keinen Bock Voll doch Mach ich auch gleich Wie denn? Ganz einfach, siehst du doch Hast du diese Waffe? Ganz einfach, guck doch auf dem Bildschirm Spass dir, bist du ein Problem Weg doch am Start und so, was ist da los? Ey cool, ich bin fast so weit wie Sally Lass mal nochmal Sally den Eifen Piss dich Fick dich Niko Fick dich einfach Alter Fick dich Überall hört man laut Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich mit dir falsch, Junge Alles Alter, was ist das für ne Waffe gewesen? Wir müssen Jahn hier neifen, das geht sonst nicht klar Scheiß Waffe ey Was das für ein krasses Ding? Bin auch bei der Execution, das geht gar nicht klar Grad voll die Lags Neu Er hat sie geschluckt, alter Hat der geschluckt Robala Achso Shit Hätt ich auch neifen können Wir haben schlucken hier alle Alter Kleine Nutte Wir sind gleich weiter Wir sind gleich weiter Jetzt nicht mehr Nifet euch mal Mach aber nicht fertig Mach nicht fertig Okay Kleine Bruder Problem ist, knifen kannst du auch nicht, sonst fliegt mir wieder zurück Doch ich kann knifen Wollt ihr sehen? Wollt ihr sehen was da ist? Fick dich Fick dich Für wieder bei Anfangswaffe Ja, jetzt wird's weg Nein, nein, der will mich töten Auch minderwertiger, alter Alter Was? Granatwerfer oder wie? Ja klar Alter, leck mich los Hauptsache Hauptsache Er ist direkt hinter mir Und er ist wieder bei der letzten Waffe Ich bin die ganze Zeit bei der letzten Waffe Not Und Ich hatt dich Ich hatt dich auch War das die letzte Waffe? Ja, war's wohl Ja, war's wohl Was? Was? Wollt Schülpfe Spaß auf Neife Ich bin eh bei der Anfangswaffe Oh! Evo hat 5 Waffen weniger Gott sag mir, ich läuft nur noch rum Neife Aua Na ja, Alter Stinker 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 Oh Gott, Alter was ist da los Stinker ist die beste Bewerbung Beleidigung Bewerbung ever Ne Warte lass mich das eben nachladen Hä? Wer hat mich denn jetzt grad Hab ich grade Wenn ich mich selber kille habe Krieg ich Punkte ab Alter Was ist das für ne Waffe Ja du kriegst Abzug wenn du selbst stirbst Boah alter ernsthaft Ich komm grad voll nicht drauf klar ne Ich bin wieder bei der Anfangswaffe Verdammte Axt Ich glaub Evo findet das lustig Ich weiß gar nicht mehr wieso ich lache Das ist doch nicht so Alter ich hab nichts gesehen grad Hast du mich schon wieder gemäßert Du Minderwertiger Noch mal gemäßert Oh mein Gott meine Muske Ok abgeregt Verpiss dich Was ist denn mit euch Hä die hab ich noch nie gehabt Hahahaha 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 Nein Wie viel kriegt man abgezogen wenn man sich selbst umdringt 5 Was? Nein du Nutte Du Nutte Hahahaha 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 Das ist so behindert Hahahaha Hahahaha Ich komm nicht wie mit der Anfangswaffe raus Hahahaha 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 Nein Ja du warst schon wieder nicht bei mir Ernsthaft wie Knifest du stehst nicht mal neben mir der erste Götter der Vorgänger Der Vorgänger Und so ja Verpiss dich Verpiss dich Immer noch der, den ich zuerst besser gab Ohhhh Da Fug Da Fug Da Fug Da Fug Da Fug Da Fug Hahahaha Hahahaha Das kommt so ein bisschen besser auf mich Das ist ein minderwertige Du Notte Ha 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 Immer das Gleiche Boah Alter wir müssen das mit ner Leuten zacken Immer so, Fick dich Nuttel, Fick dich Nuttel. Ob du noch mehr behindert haben, startet jetzt mit uns doch. Ja gerne. Also. War die MP7 nicht mehr so geil wie ein MP3? Wurde ich die MP7 auch hier noch ziemlich feiere? Weil die habe ich nicht mehr. Ja genau, was für Reaktionszeiten hast du. Okay. Nuttel. 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 Ey Niko ist am Start. Niko ist am Start, genau. Echt, seit wann? Kenn ich den? Boah Alter, ich habe echt keinen Bock langsam so. Wenn ich mich anfangs mal verunterkomme. Du bist so schlecht. Nein! Nein! Ich werde vielleicht... Verpiss dich du, Revan! Scheiße! Ich werde einfach gegenwärts Raketen da fahren. Ah! Fick dich. Nein! Nein! Bui! Was? Hast du mich geneivet? Ja. Genipft? Was? Was ist denn da? Was macht er denn da? Was? Geht bei dir? Krasse Waffe anstünde. Kommt dich auch nicht irgendwie. Verdammt! Drei mal daneben gleich. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Woh! 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 Man wollte dich jetzt nästan. Jetzt hauen wir die D揭theit! Alle geholt! Ne Julian warum knifest du ernsthaft? War ich auch bei der Hände, weil ich mir in der Sorge an unten anfangen. Warum nifst du immer in die D揭theit? und mich mal laufen lässt. Verpest dich. Hauptsache er kehrt mich. Hart angetäuscht, wa? Ja. Ich glaube, dass wir den 5 Waffen zurücksetzen... Alter! Alter! Ist doch ein klein wenig zu krass, ne? Nee. Alter, das ist echt geschafft. Ich bin bei der Hand... Ich hab null Punkte, ernsthaft. Ich bin jetzt von Zota 3, was jeder hat. Nee. Piu! Camp die alte Sau da unten. Ja, irgendwie liegt das nämlich wieder Mess an und so, ne? Ja, war mal ein nice kill.